Guten Morgen ihr Lieben, ich freue mich endlich mal wieder bei euch zu sein und euch als Prediger des Evangeliums ein paar hoffentlich frohmachende Gedanken zum Thema mitteilen zu können und ich bin schon ganz gespannt, wie ich in diesem Spruch so rumstochern und rumrühren werde. Wie gesagt, geht es in den Predigten im Januar also um kluge Sprüche, Lebensweisheiten, goldene Merksätze und mit diesen goldenen Merksätzen und diesen Sprüchen ist es ja nicht immer ganz so einfach. Als Jugendlicher war ich mal auf einer Freizeit, da sprach ein sehr gebildeter Evangelist und der ließ uns immer so goldene Merksätze mitschreiben und dann saß ich eines Morgens nach der Freizeit in meinem Zimmer vor meinem Heft mit all den goldenen Merksätzen und suchte die Begegnung mit Gott. Und dann las ich da, das Kreuz steht mitten in deinem Leben. Eine theologisch korrekte Beobachtung und Formulierung. Ich war tief beeindruckt, aber dann fragte ich mich, was um alles in der Welt macht das denn da, mitten in meinem Leben, das Kreuz. Und der goldene Merksatz ließ mich mit einer anderen Spruchweisheit zurück. Da stehe ich nun, ich armer Thor und bin so klug als wie zuvor. Solche Sprüche oder goldenen Merksätze sind verdichtete Lebenserfahrung. Sie regen das bildhafte Denken an und setzen somit unsere rechte Gehirnhälfte in Bewegung. Und durch diese rechte Gehirnhälfte wird dann das Tor zur Fantasie geöffnet, die ja eine Schwester der Liebe ist und deswegen auch für unsere Herzseite, unsere linke Körperhälfte zuständig ist. Nicht zuletzt ist in den Spruchweisheiten des Volksmunds oft auch Humor versteckt, der uns zur Quelle des Lachens und der Entspannung werden kann. Und das ist ja auch wieder wichtig, denn ihr wisst ja, Lachen ist gesund. Um die Kraft, die in solchen Sprüchen steckt und da ganz besonders in solchen Sprüchen aus der Bibel geht es also in dieser Predigtreihe am Jahresanfang. Manche Sprüche sind fast schon zu Floskeln verkommen, die man einfach so dahin sagt, ohne an ihre Bedeutung zu denken. Andere Sprüche müssen einem heute erst einmal erklärt werden, bevor man sie verstehen kann, weil sie eben verdichtete Lebenserfahrung von tausenden von Jahren enthalten. Dass, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, nicht auf das Sterben von Bestattungsunternehmern gemünzt ist, scheint klar. Aber, dass so ein Spruch wie feurige Kohlen auf dem Haupt eines anderen sammeln, nichts mit Folter und Rache zu tun hat, ist uns nicht mehr so klar. Es kommt ebenfalls aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 25 und ist im Neuen Testament von Paulus in Römer 12 zitiert worden, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihm, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Also wenn man feurige Kohlen auf das Haupt eines Feindes sammelt, dann kann man ihn vielleicht erwärmen und erreichen, dass er seinen Sinn und seine Einstellung, die Einstellung seines Herzens ändert. Das ist die Lebenserfahrung, die hinter diesem Spruch steckt. Und das Bild, das verwendet wird, kommt aus dem Alltag jener Zeit. Feurige Kohlen wurden in biblischen Zeiten und in biblischen Ländern von Haus zu Haus getragen. Einer stand frühmorgens auf, um ein Feuer anzuzünden und ein Junge trug dann die feurigen Kohlen in einer Tonschale auf dem Kopf zu den verschiedenen Häusern im Dorf. Und je mehr glühende Kohlen er natürlich auf dem Kopf hatte, desto mehr konnte er verteilen, desto mehr Menschen wurde es warm und auch ihm selber war es immer schön warm, während er so durch die kalte Morgenluft mit seinen Kohlen ging. Worum geht es jetzt aber insgesamt in dem Buch der Sprüche Salomos, diesem Buch der Bibel, das einem wie ein Best-of-Album Salomos vorkommt, der ja über 3000 Sprüche geklopft haben soll. Und auch irgendwie ein Zempler unterschiedlicherweise Menschen dieser Zeit ist, weil ja auch Sprüche von Agur, von Lemuel und so drin sind. Vielleicht habe ich mir so gedacht, ist es der erste Band der Dummies-Reihe mit dem Titel Alltagsleben für Dummies. Ein biblischer Ratgeber, der wohl im 8. oder 7. Jahrhundert vor Christus zusammengestellt wurde. Im Psalm 103, Vers 7 heißt es, er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Und darum geht es. Dass Gott dem Menschen seinen Willen kundtut und sein Volk nicht in Unwissenheit dahingehen lässt und verderben lässt, das ist für das Volk Gottes im Alten Testament ein Grund unerschöpflicher Freude. Und dafür steht die Offenbarung des Gesetzes und der Propheten. Und aus diesem Erleben, dass Gott den Menschen seinen Willen kundtut, erwächst nun auch die Gewissheit, dass es auch möglich ist, dem Alltagsleben Gesetzmäßigkeiten abzuschauen. Und daraus entsteht dann die ganze alttestamentliche Weisheitsliteratur. Das Ziel der Weisheit war es, das ganze tagtäglich gelebte Leben mit den Geboten Gottes in Einklang zu bringen. Alle Lebensgebiete sind im Lauf der Zeit einer gestrengen Prüfung und Beobachtung unterzogen worden. Der Umgang mit Gott in Gebete und Opfer. Die Arbeit, die ja den größten Teil des Lebens ausfüllt. Das Streben nach Besitz und Eigentum. Die Ehe. Der Verkehr mit dem anderen Geschlecht. Die Familie. Das Verhältnis der Väter zu den Kindern und umgekehrt. Das Recht am Hofe des Königs und in der Hütte des Armen. Das Verhältnis von Mein und Dein. Kaufen und Verkaufen. Bürgschaft und Freundschaft. Die Stellung zum Leib. Seinen Kräften und Begierden. Die Zähmung von Mund und Zunge. Auge und Ohr. Die Rede. Vom klugen Gespräch über den weisen Rat bis hin zum närrischen Geschwätz. Kurzum, es gibt kein Lebensgebiet, das nicht wie mit einer Laterne sorgsam und fleißig abgeleuchtet wurde und dann in so einen Weisheitsspruch gelandet ist. Das Buch der Sprüche will uns zeigen, wie man ein Leben in der Gegenwart Gottes führen soll. Der Ursprung der Weisheit liegt letzten Endes natürlich genauso wie die Offenbarung des Gesetzes und der Propheten in Gott selber. Durch die Weisheit heißt es in Sprüche 3, Vers 19, hat Gott alles geschaffen und die Ordnung seiner Schöpfung ist ein Zeichen für seine Weisheit. Aber im Unterschied zur Prophetie oder einer Verheißung geht es bei den Sprüchen nicht darum, dass man bestimmte Bedingungen erfüllt und dann wird garantiert eintreten, was da steht. Sondern in der Vielzahl der beobachteten Fälle ist derjenige, der einen anderen reinlegen wollte und ihm also sozusagen eine Grube gegraben hat, selbst hineingefallen. Das dem anderen zugedachte Unheil ist über ihn selbst gekommen. Das konnte man beobachten, das hat man in diesem Spruch zusammengefasst. Aber das muss nicht zwangsläufig immer so passieren. Eine Verheißung kann man Gott vorhalten und fürbittend ihre Erfüllung einfordern. Eine Lebensregel kann man nur sich selber vorhalten und immer wieder versuchen, ihre Herausforderungen auszufüllen. Das ist der Unterschied zwischen den Sprüchen, der Weisheitsliteratur und den Prophetien und den Verheißungen. Eine Verheißung kann man Gott vorhalten und ihre Erfüllung fürbittend einfordern. Eine Lebensregel kann man nur sich selber vorhalten und versuchen, ihre Herausforderungen auszufüllen. Mein Spruch, den ich mir heute morgen ausgewählt habe, hat mit dem Herzen zu tun. Also mit unserer linken Körperhälfte liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt seit Mitte Oktober ständig irgendwie an der linken Körperhälfte mit Darmentzündung, Nierenkoliken, Nebenhöhlen, Vereiterung, was weiß ich nicht alles angegriffen werde. Deswegen liegt mir das wahrscheinlich auch so nahe, dass ich heute über das Herz spreche. Es ist Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Oder auch aus ihm gehen die Wege des Lebens hervor. Oder aber auch in ihm finden sich die Ausgänge des Lebens. Jo, würde man sagen, das ist schon klar. Jeder weiß, spätestens seit dem kleinen Prinzen, dass man nur mit den Augen des Herzens gut sieht. Und wenn dich jemand um Rat fragt und du weißt, keine klugen Sprüche mehr zu antworten, dann sagst du, am besten folgst du einfach deinem Herzen. Ein Menschen ohne Barmherzigkeit nennen wir herzlos und wir drängen ihn oder sie, habt doch ein Herz. Sitzen gelassene Liebende haben ein gebrochenes Herz. Mutige Soldaten sind beherzt. Die wahrhaft Bösen haben ein finsteres Herz. Und Heilige haben ein Herz aus Gold. Wenn wir ein besonderes persönliches Gespräch führen, dann reden wir uns etwas vom Herzen. Leichten Herzens genießen wir unseren Urlaub. Und wenn wir jemanden so tief lieben, wie wir es nur vermögen, dann lieben wir ihn von ganzem Herzen. Das Herz ist also eine wichtige, zentrale Angelegenheit unseres Lebens. Dass das Leben des Herzens ein sehr geheimnisvoller Ort ist, den wir nicht immer sofort verstehen und dass wir dem Herzen Raum geben sollten, ist ebenfalls eine allgemein anerkannte Wahrheit. Und trotzdem lassen wir es immer wieder zu, dass die vielen verteufelten Sachzwänge des Alltags genau das eben überdecken und zukleistern. Wir kehren unsere Herzensangelegenheiten so oft unter den Teppich, bis daraus ein Treibsand des Burnouts geworden ist, indem wir jämmerlich versinken. Wir alle befinden uns nun auch in einem Umfeld, in dem Probleme besonders gut zu gedeihen scheinen. Das ist der Arbeitsdruck, die Verantwortung, das Engagement für die Firma, für die man arbeitet, für Mitarbeiter. Auf der einen Seite für Familie, Gemeinde, Freizeiterholung, sonstige soziale Kontakte auf der anderen Seite. Und diese Dinge lassen sich nicht immer leicht miteinander vereinbaren. Manchmal scheinen sie sogar feindselig einander gegenüber zu stehen. Die Folgen, manchmal als Managerkrankheit bezeichnet, bleiben nicht aus. Und darum haben wir so viele psychosomatische Krankheiten in unserer Gesellschaft. Der Zusammenhang zwischen bestimmten Stressarten und den berühmten Todsünden der Zivilisation ist deutlich. Und je mehr Menschen unter Stress stehen und je weniger sie auf ihr Herz hören, desto häufiger entwickeln sie die sogenannten Risikofaktoren, die in der Medizin als verantwortlich gelten für die Entstehung der sogenannten Zivilisationskrankheiten, zu denen viele Herzleiden wie Herzinfarkt, Herzrhythmusstörungen, Entzündungen des Herzens, Herzneurose und dergleichen mehr, aber auch andere Dinge wie zum Beispiel Diabetes Gehirn. Und am Ende eines solchen Weges sagen wir dann, ich bin einfach nicht mehr mit dem Herzen dabei. Und dann wird es uns leidvoll, schlagartig klar, dass es am Ende gar nicht darauf ankommt, wie viel wir geleistet oder was wir erreicht haben. Ein Leben ohne Herz ist es einfach nicht wert, gelebt zu werden. Denn aus dieser Quelle unserer Seele, aus dem Herzen entspringt alle wahre Anteilnahme, alle sinnvolle Arbeiten, alle wirkliche Anbetungen, alle Opferbereitschaft. Unser Glaube, unsere Hoffnung, unsere Liebe strömen aus unseren Herzen. Denn unser Herz ist der Ort, wo wir zuallererst die Stimme Gottes hören. Und in unserem Herzen erkennen wir ihn und lernen, ihn in seiner Liebe zu erkennen. Das haben schon die alten Israeliten beobachtet und deswegen haben sie eben ihre Beobachtung in diesem Spruch in 4,23 zusammengefasst. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Dazu will ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Es war einmal ein König, der grübelte über die Fragen des Lebens nach. Weil ihn das Wesen von Gut und Böse beschäftigte, befahl er einem seiner Diener, die Organe zu bringen, die am besten, schönsten und wertvollsten sein. Der Diener brachte das Herz und die Zunge eines Tieres. Der König schaute die Organe an, dachte über den Sinn nach, den sie bedeuteten und schickte den Diener nun los, die hässlichsten und schlechtesten Organe zu holen. Der ging und brachte wiederum ein Herz und eine Zunge. Erstaunt fragte der König seinen Diener, du bringst Herz und Zunge als die besten Organe, aber gleichzeitig auch als die schlechtesten. Wie kommt denn das? Der Diener antwortete bescheiden, wenn das, was ein Mensch fühlt und denkt, offen von Herzen kommt und die Zunge nur wahres, ehrlich sagt, sind Herz und Zunge die wertvollsten Organe. Der Mensch, dem sie gehören, fühlt sich gesund und glücklich. Wenn aber das Herz zu einer Mördergrube wurde, die Wünsche verleugnet und die Zunge Unwahrheit und Falsches sagt, sind beide Organe die reinste Strafe für den Menschen, dem sie gehören. Die Zwietracht, die er nach außen sät, erfüllt auch sein Inneres und das Glück hat sich von ihm abgewandt. Unser Herz ist die in uns von Gott geschaffene einzigartige Quelle des Lebens. Das Herz kann entbrennen, wie in Psalm 39,4. Es kann verzagen und uns verlassen, wie in Psalm 40,13. Schmach erleiden, wie in Psalm 69,21. Sich verhärten, wie in Psalm 95,8. Sich erschrecken und fürchten, wie in der Jahreslosung aus Johannes 14,1. Oder sich freuen, wie in Johannes 16, Vers 22. Das sind alles Stellen, die solltet ihr nächste Woche im Hauskreis nachlesen. Wenn eine Quelle rein ist, dann geht von ihr eine lebensspendende Kraft aus. Wenn sie unrein ist, vergiftet sie unser ganzes Wesen und unser Umfeld. Und deswegen heißt es, das wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen. Denn dein Herz ist die Steuerzentrale und das Hauptenergiezentrum, der Thronsaal und die Andockstation Gottes. Und das andere Gebot ist dem einen gleich. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, also wie dein eigenes Herz. Denn daran, sagt Jesus, hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, alles andere ist zweitrangig. Darum mehr als alles andere, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn in ihm finden sich die Ausgänge des Lebens. Was hat es nun mit diesen Ausgängen auf sich, beziehungsweise der Quelle des Lebens? Worum geht es dabei? Es geht um die grundlegende Wahrheit, dass Gott dich so geschaffen hat, wie du bist. Und wenn er dich so geschaffen hat, wie du bist, dann heißt das auch, dass er sich dabei etwas gedacht hat. Und das, was dein Herz höher schlagen lässt, ist die Spur zu deinen persönlichen Wegen des Lebens. Dein Herz enthält den genetischen Code deines Lebens. Alles ist in deinem Herzen bereits angelegt. Alle Menschen sind nicht gleich, sondern individuell. Nicht alle von uns zum Beispiel sind für Aufgaben im Bereich Sport geschaffen. Ich zum Beispiel nicht. Oder meinem Sohn Julian hatten wir einen Keyboard und Unterricht dazu organisiert. Er war aber immer mehr an den technischen Möglichkeiten des Keyboards interessiert, als daran, irgendeine Melodie zu üben. Das fand ich komisch, wo ich doch so gerne Musik mache. Und mein ältester Sohn auch. Aber Julian ist irgendwie anders. Er ist individuell, obwohl er mein Sohn ist. Jetzt haben wir ihm erlaubt, in einen Modellbahnclub zu gehen, wo sie ständig rumlöten und sich mit Technikkram beschäftigen. Und er ist glücklich. Was macht dich glücklich? Eine Frage, die von Herzen kommt und die die wichtigste Frage deines Lebens ist. Was macht dich glücklich? Was bringt dein Herz zum Schlagen? Ich meine, du kennst vielleicht den etwas martialisch anmutenden Satz aus Westernfilmen, wenn der Held zum Showdown geht und dann sagt er, ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss. Der Satz ist richtig, nur gilt er natürlich nicht nur den Männern, sondern auch den Frauen. Er heißt eigentlich, ein Mensch muss tun, was ein Mensch tun muss, weil er nämlich sonst krank wird. Nicht eingelöste Entwicklungspotenziale führen auf die Dauer zu Konflikten und darüber dann, wenn sie nicht gelöst werden, unter anderem zu psychosomatischen Herzerkrankungen. Also musst du herausfinden, was dich glücklich macht, was dir auf dem Herzen liegt. Und das, was dir auf dem Herzen liegt, das als Frage vom Arzt zu hören, was liegt ihm denn auf dem Herzen, ist viel zu spät. Du musst dir selber schon viel vorher diese Frage stellen. Gott hat dich so geschaffen, wie du bist, damit du ihn verherrlichen kannst, also ihm die Ehre geben kannst, durch das, was in dir steckt und nicht durch das, was irgendwelche Programme oder Menschen von außen erst in dich hineinstopfen und was die Wege des Lebens aus deinem Herzen heraus erstmal so richtig verstopfen kann. Wenn du herausfinden möchtest, was du wirklich willst und was dir wirklich wichtig ist, dann gibt es dazu eine sehr effektive Übung, die ihr auch nächste Woche im Hauskreis machen könnt, wo ihr euch aber jetzt schon mal zurücklegen könnt auf eurem Stuhl und schon mal anfänglich mitmachen könnt. Also, es geht darum, sich an einen ruhigen Ort zurückzuziehen, wo man mal für eine Weile ungestört ist. Dann entspannst du dich, so wie du das jetzt auch auf dem Stuhl tust, schließt die Augen, atmest tief durch, dann nimmst du ein Blatt Papier zur Hand, ein möglichst großes, jetzt natürlich nur im Geist und schreibst in die Mitte des Blattes folgende Frage. Frage, was würde ich bereuen, nicht getan, versucht oder erreicht zu haben? Und das genau heute, während ich über dieses Thema predige, die Peaks verabschiedet werden, die genau diese Frage zu ihrem Abenteuer auf dem Schiff gebracht hat, das war nicht abgesprochen, das wusste keiner. Aber es passt natürlich genau hierhin. Was würde ich bereuen, nicht getan, versucht oder erreicht zu haben? Dann schreibst du rund um die Frage alles auf, was dir in den Sinn kommt. Und vielleicht kommen dann irgendwelche Schiffe oder ein Jahr auf der Eisenbahn oder was weiß ich dazu. Gib aber nicht zu schnell auf. Es kann gut möglich sein, dass dir am Anfang vielleicht gar nichts einfällt. Das macht nichts. Bleib einfach dran. Auch wenn diese Frage so unscheinbar daherkommt, sie hat es doch in sich. Mit so einer Übung machen wir uns nämlich bewusst, dass unser Leben endlich ist, dass unser Herz einmal zu schlagen aufhört und dass es irgendwann kein später, kein Morgen mehr gibt. Du musst dir einmal bewusst machen, dass es irgendwann keine Möglichkeit mehr geben wird, etwas nachzuholen. Und so bringt dich diese Übung vielleicht sogar an schmerzliche Punkte. Worauf hast du in der Vergangenheit verzichtet oder worauf verzichtest du auch heute noch, warum auch immer? Was verbietest du dir selbst und was hast du dir in der Vergangenheit verboten? Diese Erkenntnisse können schmerzhaft sein. Unerfüllte Bedürfnisse sind wie Wunden und deshalb ist es bei dieser Übung auch durchaus wichtig, behutsam mit der Beantwortung dieser Frage umzugehen. Meistens gibt es ja Gründe, warum wir nicht unseren Wünschen nachgehen, sondern andere Dinge tun, die man aber eben nicht einfach so über Bord werfen kann, ohne Schaden zu nehmen. Diese anderen Dinge, die wir tun, anstatt dem das zu tun, was uns auf dem Herzen liegt, diese anderen Dinge sind wie Krücken. Sie helfen uns im Leben zu laufen und die kann man nicht einfach wegtreten, weil man da nämlich umfällt. Vielleicht haben wir ja in der Kindheit die Erfahrung gemacht, dass man uns was nicht zugetraut hat, dass man uns ausgelacht hat und die Narben, die daraus entstanden sind, aus diesen Erlebnissen sind so tief, dass wir uns unbewusst oder auch bewusst geschworen haben, nie wieder in eine solche Situation zu geraten und dann greifen wir eben zu den Krücken. Du kannst mit dieser Übung unter Umständen auch erkennen, dass es tatsächlich Dinge gibt, die du nicht mehr erreichen kannst. So kann zum Beispiel eine kinderlose 50-jährige Frau durch diese Übung erkennen, dass ihr größter Wunsch im Leben war, eine Familie zu gründen und Kinder groß zu ziehen. Das ist jedoch in diesem Alter auf natürliche Weise nicht mehr möglich. Doch wenn Kinder wirklich der größte und innigste Wunsch dieser Frau ist, was hindert sie daran, vielleicht ein Kind zu adoptieren? Das sind natürlich die Behörden und die Gesetze. Das ist wohl wahr. Aber eine 50-jährige Frau kann eine wundervolle Mutter für ein Kleinkind sein. Vielleicht kann man sich eben auch vorstellen, Tagesmutter für andere Kinder zu sein oder ein Modell zu entwickeln, wie man mit einer kinderreichen Familie zusammenlebt oder sowas. Es gibt fast immer eine Möglichkeit, sich seine Wünsche zu erfüllen. Es ist nie zu spät. Du kannst zumindest damit anfangen, Teilerfüllungen der eigenen Sehnsüchte zu ermöglichen. Und auch Teilerfüllungen können einen glücklich machen. Wichtig ist, dass du bei dieser Übung alles aufschreibst und sei es noch so verrückt. Vielleicht wolltest du schon immer mal Drachen steigen lassen. Vielleicht wolltest du immer schon mal Fallschirmspringen. Vielleicht wolltest du immer schon mal auf den Berg der Verklärung. Dann tu es jetzt. Verschiebe deine Wünsche nicht auf später oder beleg zumindest schon mal einen Kletterkurs oder fahr auf den Feldberg, schau auf Frankfurt runter und stell dir den Berg der Verklärung schon mal vor. Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten, Wünsche und Sehnsüchte Stück für Stück anzugehen. Was würdest du also bereuen, nicht getan zu haben, wenn du heute sterben müsstest? Wenn Jesus heute wiederkommt und dich mitnehmen will, sagst du dann zu ihm, alles klar, Jesus, lass uns gleich losfliegen. Oder sagst du, Jesus, können wir nicht vielleicht eben nochmal auf dem Weg an der Mailänder Skala vorbeifliegen? Ich wollte schon immer mal auf dieser Bühne tanzen. Oder bist du satt und zufrieden und sagst, alles klar, wir fliegen ab in die Ewigkeit. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm ist die Quelle des Lebens. Wie geht das nun mit dem Bewahren? Nicht alle können, wie gesagt, morgen ihre Jobs aufgeben, in denen sie unglücklich sind, obwohl es einigen sicherlich ganz gut täte. Aber dazu will ich nicht aufrufen, darf ich auch nicht aufrufen, sondern eben nur dazu, die ersten Schritte zu tun. Bewahren und behüten kann man Dinge durch Achtsamkeit. Es beginnt damit, dass wir füreinander beten, so wie Paulus es in Epheser 1,18 getan hat. Gott erleuchte die Augen deines Herzens, damit du weißt, was die Hoffnung seiner Berufung in dir ist. Wie bei allen anderen Dingen auch, beginnt es also mit dem Gebet, mit der Kontaktaufnahme zu Gott. Dann geht es weiter mit praktischer Arbeit. Du forstest dich durch Bücher hindurch, du liest Bücher durch, du sichtest mal das ganze Angebot im Buchladen oder in der Bücherei, du belegst Seminare, Potenzialseminare in der Gemeinde sind wunderbar dafür geeignet oder du trittst den Gang zu einem Life Coach an, um den Ruf deines Herzens immer genauer, immer spezifischer, immer persönlicher herauszufinden. Dir eine persönliche Landkarte deines Herzens zu machen. Und dann machst du dir drittens einen Plan, wie du dem Ruf deines Herzens folgen willst. Da muss alles bedacht sein, die Lebensumstände, die Familienbeziehung, die Arbeitsstelle, die Finanzen. Alles passt in diesen Plan rein, weil das geht auch, weil Gott dir zur Seite steht und weil Gott mit dir zusammen diesen Plan erarbeiten wird. Und dann fängst du an, den Plan Schritt für Schritt umzusetzen. Dann erst, aber dann auch unbedingt. Es gibt ein Bild in der Bibel, das mir immer wieder hilft, diesen Prozess in seiner Abfolge mir vor Augen zu stellen. Ihr erinnert euch vielleicht daran, wie Jesus in Markus 4 mit den Jüngern über einen See fuhr. Da erhob sich auf einmal ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Das war der Punkt, wo den Jüngern klar wurde, wir sind hier auf dem falschen Dampfer. Ihre Herzen waren voller Angst und sie wollten aussteigen, sie wollten umsteigen in eine andere Lebenssituation, die ihre Herzen wieder lebendig machen würde. Sie hatten aber durch die Angst keinen Kontakt zu ihrem Herzen und auch nicht zum Schöpfer des Herzens. Das kommt in dem folgenden Satz zum Ausdruck. Jesus aber war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie wecken ihn in ihrer Not auf und sprechen mit beklommenem Herzen zu ihm. Lehrer, kümmert es sich denn gar nicht, dass wir umkommen? Und Jesus wacht auf, bedroht den Wind und spricht zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? So weit, so gut. Jetzt hätte Jesus doch nach so einem Wunder auch gleich noch ein Teleportationswunder vollbringen können, so wie bei Philippus. Und die Jünger gleich in eine andere Lebenssituation bringen können. Aber, nichts dergleichen, sie mussten zunächst einmal weiter mit dem Boot fahren bis ans andere Ufer. Warum? Jemand hat mal ganz, einen ganz klugen Spruch gesagt, Gott rettet uns nicht aus den Umständen, sondern er rettet uns in den Umständen. Es geht darum, dass wir Kontakt zu unserem Herzen bekommen, dass wir unsere Herzensvisionen vor Augen haben, auch wenn wir sie nicht immer gleich umsetzen können. Es gilt den Weg bis zum Ziel und alle Zwischenschritte noch zu gehen. Aber wenn du dein Ziel kennst und den Ruf deines Herzens vernommen hast und ihn auch nicht länger ignorierst, dann hast du den ersten Schritt einer langen Reise schon gemacht. Und dann kannst du schon beginnen, in den Umständen, auch wenn sie dir noch so zusetzen, deinen ganz persönlichen Weg, den Weg deines Herzens zu gehen. Und für diesen Weg, den Weg des Herzens, gibt es natürlich noch eine Geschichte mit auf den Weg, sozusagen als Wegzehrung. Als Gott die Welt erschuf, fragte er die Tiere nach ihren Wünschen. Er hörte sie alle an und erfüllte ihre Wünsche. Als die Menschen davon erfuhren, wurden sie unwillig, weil sie nicht gefragt worden waren. Wir können mit dieser Welt nicht zufrieden sein, stellten sie hart und unmissverständlich fest. Das sollt ihr auch nicht, erwiderte Gott. Denn eure Heimat ist nicht diese Erde, sondern die Weiten der Ewigkeit allein. Seitdem tragen die Tiere ihre Augen zur Erde, der Mensch aber geht aufrecht und schaut zum Himmel. Seitdem tragen die Tiere ihre Augen zur Erde, der Mensch aber geht aufrecht und schaut zum Himmel. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte darum dein Herz. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens oder aus ihm gehen die Wege des Lebens hervor oder aber auch in ihm finden sich die Ausgänge des Lebens. Und wenn es eng in deinem Herzen wird und dir der Himmel vor den Augen verschwimmt, dann wecke Jesus in dir auf und lass ihn den Sturm stellen, damit du klar siehst mit deinem Herzen. Und manchmal, ganz manchmal kann man dann sogar eine kurze Zeit übers Wasser laufen. Und manchmal, ganz manchmal. Amen.